auf dieser straße hinter uns ist das umgeklärte ursache ein baum eine pappel mit einer höhe von annähernd 15 metern aus ungeklärten ursachen umgefallen der baum hat zunächst das haus hinter uns gestritten und schließlich ein pkw der die straße überfuhr unter sich begraben der 22 jährige fahrer ist nach erster erkenntnis aus dem kreisendenhaus nur leicht verletzt ich denke dass der fahrzeugführer mit sicherheit an diesem tag als ehrwürdigen und denkwürdigen tag eintragen kann die rucht des baumes hat zunächst die unmittelbar die zwischen der a- und der b-säure getroffen hat unmittelbar über den kopf des fahrzeugführers dass wir hier von den schwelligen verletzungen aussehen können und das ist wirklich ein guter kreisende die 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 Untertitelung des ZDF, 2020